Und herzlich willkommen zurück hier zum letzten Video der Saison und dabei natürlich der guten... Yo, hallo! Ja, und wir wollen natürlich immer über das Qualifying reden, was denn dazu geführt hat, dass ein gewisser jemand überhaupt auf der Pole gestanden hat, ne? Ja, das war eigentlich zur richtigen Zeit, im richtigen Moment, die richtige Zeit. Und vielleicht auch das ein oder andere Rad ein bisschen außerhalb der Steckenmarkierung. Na, außerhalb der Streckenmarkierung war es nicht, aber im ersten Sektor, also in der ersten Kurvenkombination, war ich in... Also, ich hab die nicht unbedingt geschnitten, also ich war mal mit einem Rad vielleicht draußen, aber mir kam das eher dadurch langsamer vor, ehrlich gesagt. Aber das war wie so irgendwie komisch. Aber dafür hab ich auch fast alles Kehr jetzt in dem Sektor rausgehauen. Wie, es geht los. Hä? Ja, es geht los. Fuck. Ich hab noch gar keine richtige Strategie eingestellt gehabt. Aha, sorry. Ich war da gerade so am rumdrehen hier von wegen... Mal... Ich fahr jetzt, glaub ich, 12 auf weich. Dann 15 auf hart und dann wieder 10 auf weich oder so ähnlich. So, ja, hier. Deine erste Pole diese Saison. Nein, oder? Was? War das... Ist das echt meine erste Pole? Ja, das ist deine erste Pole. Auf jeden Fall war ich schon mal vorne, ne? Also, relativ weit vorne. Aber ich komm ja eh nicht weg beim Start gewöhnlich. Boah, ich hab auch einen schwachen Start erwisch. Hab natürlich auch hier etwas, äh, weniger Gryffin reif. Boah, der ist aber auch gerade gar nicht warm. Weißt du hier, in der... Über den rechten Körb, in der ersten Kurve, da bin ich ein bisschen sehr weit drüber. Ja, ja, ich bin schon auf Position 3 vorgerückt. Das sieht doch nice aus. Oh, mir Vettel fährt ein bisschen... Also, zwischendurch haben wir jetzt quasi gerade das Traumergebnis, dass wir beide Punkte Gleichstand haben, oder? Boah, ich bin hier gerade am Fight mit Vettel nebeneinander jetzt in die schnell rechts. Oh, wir starten übrigens mit Minus einer Runde, wenn du auf Aggressiv gemacht hast. Oh, ja. Seht's. Werde ich jetzt erstmal auf Mager fahren. Ich werde jetzt erstmal auf Mager fahren. Mache ich jetzt zwei Runden oder so, dass ich mit einer Runde in Plus komme und dann passt das schon. Außerhalb vom DRS-Fenster sein ist mir jetzt aber auch noch ein bisschen wichtig. Ja, erste Runde hat, äh, die Position verteidigen schon mal geklappt. Bei dir ging's natürlich brachial nach vorne um drei Plätze. Ja, brachial. Ja, ist doch was. Drei Plätze bei einem Start gut machen, da wärst du in der Real Life schon, sag ich mal, positiv erwähnt worden vom Kommentator. Ja, als Gewinner des Starts. Ja. So, ja, jetzt sehe ich euch da vorne schon so ein bisschen wegziehen. Ich hätte Rennstrategie normal machen sollen, denn wie richtet mich das auf, äh, auf Mager fahren ein bisschen auf. Wobei die Strecke wie so einen relativ hohen Spritverbrauch hat, glaube ich. Ja. Hat natürlich auch sehr viel von diesen komplett hochbeschleunigenden Passagen. Er hat allgemein einen sehr hohen Gasanteil, die Strecke, also, selbst in die Kurven, da bremst man eigentlich gar nicht so lange an, meistens. Die fährt man eigentlich immer so ein bisschen, so ein bisschen leiten lassen. Man tritt einmal kurz auf und danach kann man eigentlich schon wieder umbeschleunigen. Oh, jetzt hältst du ihn da vorne aber gut auf. Ja. Na, ich hab die eine Kurve ja vorhin verpasst, wie du wahrscheinlich gesehen hast. Habe ich mich vorbeigeschoben, wenn wir anbremsen, aber hier aus dem Dings schlecht rausgekommen und jetzt hat er gleich Kers, äh, und DRS, ne, DRS. Wobei ich habe auch DRS, wegen dir. Oder dank dir, wie auch immer. Ach, ihr habt beide auf mich eine Sekunde, oder wie? Nee, ich hatte... Ach, jetzt bist du ja eh vorbei. Aber ich hatte gerade eben dank dir DRS. Okay. Werde wohl noch eine Runde auf, auf, äh, Mager bleiben. Ist natürlich dumm, dir das jetzt zu sagen, ne? Kannst du jetzt in deine Strategie einbauen. Ja, du weißt, wo wir sind doch hier, wir arbeiten als Team und so, ne? Kennt man ja. Bei uns gibt es auch keine Team-Order, ne? Ne, gibt es nicht. Da gibt es, äh, wer es schafft, in einem anderen vorbeizukommen, ohne zu rammen, ist der King. Ja. King sind wir sowieso beide. Das stimmt. Wobei, nee, du bist Boss. Ja, aber hier ja noch nicht mal. Hier bin ich ja im Manager. Oh, ja, hier schon, hier bist du im Manager. Ja, und ich bin gar nichts. Ich bin mein Freund. Ja, musst du mal nachfragen. Beziehungsweise, ich könnte es dir machen, aber... Äh, ja, okay. Ich könnte es dir halt, äh, als Rang geben. Ich könnte es dir machen, möchte ich jetzt doch nicht so unbedingt. Ach, warum, David? Ich weiß noch, wo du wohnst. Komm, ich nehme es hier rum. Da brauche ich ja der Leiter. Aber für ein Quickie ist das zu weit. Das ist dann eher schon ein Slowly. Longie ist das. Ne Longie. Longie. Ein Longie-Bongie. Ja, sozusagen. Boah, ich komme einfach nicht weg aus, äh, dass ich mal eine Runde Plus angezeigt kriege bei der Tankanzeige. Ne, auf optimal ist man tatsächlich sehr schnell gekommen, aber Plus Eins will er irgendwie nicht machen. Bei Plus Eins gehe ich nämlich auf Standard und dann fahre ich durch. Wäre so mein Plan. Vettel müsste in den nächsten fünf Runden an die Box kommen. War es in den nächsten fünf Runden, soll ich schon in die Box? Ja, Runde 10. Ist das früh oder spät mit weichen Reifen? Also ich habe es 50, oder ich bin auf 15, estimated mit hart. Okay. Jetzt kommt Vettel angeschossen mit DRS-Vorteil. Aber ich stecke zurück. Wenn ihr da hinten DRS-Battles macht, dann werde ich hier vorne gleich in Schwitzen kommen, glaube ich. Das saugt nämlich doch ziemlich ran an der Zeit. Hey, ich bin auf Plus eine Runde. Nein, rausgeflogen. So. Ah, tatsächlich, ja. Ich fahre jetzt noch bis zum Ende ersten Sektor. Dann wechsle ich auf Benzin-Modus normal. Ja, und ein bisschen Puffer. Und meine Reifen sehen auch schon dreckiger. Also auf der Anzeige sehen die schon so aus, als wären sie gefahren worden. Ja, das stimmt wohl. Ja, es sind halt Weiche, ne. Und dann drei Runden oder was im Training. Äh, im Qualifying. Ja, jetzt hier anbremsen, erste Kurve, nicht ganz so getroffen. Ist das heftig? Normalerweise hätten wir jetzt schon wieder das halbe Rennen um. Oder sagen wir mal 30, 40 Prozent vom Rennen. 18 Runden müssten wir jetzt normalerweise fahren. Bei 25 Prozent. Aber davon hätten wir jetzt schon auch bald die Hälfte. Ja, deswegen. Ich bin echt froh, um das jetzt mal 50 Prozent machen. Ja, ich freue mich auch drauf. Vor allen Dingen mal so neue Erfahrungswerte. Ich bin irgendwann mal ein Rennen auf 100 Prozent gefahren, aber ich glaube 50 Prozent noch nie. Doch, wir sind mal zu Trainingszwecken irgendwann noch relativ zu Anfang beim privaten 50 Prozent gefahren. Aber nicht zu Ende, oder? Nur so ein bisschen um die Strecke zu fahren. Okay, wir sind irgendwie nach 80 Prozent bis zu irgendwann rausgeflogen, dass ein Auto zerstört. Und da habe ich auch irgendwann mal gesagt, komm. Hallo Auto, hier ist die Wand. Ja, da hatten wir so ein paar Tiefpunkte während der Saison. Äh, ja, Monaco. Ja, Monaco, äh, Singapur war glaube ich auch, oder? Nee, Singapur war gut, meine ich. Jeden, wo haben wir noch auf einer Stadtstrecke abgeschossen? Äh, ja, Arudabi. Da habe ich ja meine Strafen gesammelt wie ein Weltmeister. Ach ja, stimmt. Da ist ja auch vier verloren dadurch. Du kannst ja nachher auch ein bisschen Führungskilometer sammeln, wenn ich reingehe. Wenn alle reingehen, da werde ich erstmal massig Vorsprung haben. Ja, den solltest du dann gucken, dass du den am besten ausfährst. Ja, vermute mal, dass die meisten erstmal auf hart gehen werden. Also in hartem und mittelsten gehen. Aber das ist ja auch im Endeffekt mein Plan. Und ich sag mal, die Top-Teams müssen an der E-covern. Das klingt plausibel, wenn du mich fragst. Das klingt auf jeden Fall realistischer als Covern. Oder zumindest klingt mehr nach der KI. Ja. Im Moment kriegt den ersten Sektor eigentlich immer ganz nice hin. Ja, im Endeffekt ist der erste Sektor ja nicht lang, ne? Ja, aber in der ersten Kurve gewinnst du entweder Mörder viel oder lässt alles liegen. Ja. Schon so eine richtige Schlüsselstelle für den gesamten... Eigentlich der zweite Sektor ist eigentlich der, in dem du am meisten... Verlierst und gut machst. Ja. Aber ich bin froh, dass ich nicht die ganze Zeit hier euren Fight quasi mit habe. Weil das war letztes Mal auch der Fehler, dass ich mich auf diesen Fight in der USA eingelassen hat, mit Hamilton war's glaube ich und Weber, die mich da quasi über die Strecke geschoben haben und ich unbedingt vorne bleiben wollte. Das hat mir da nämlich die Reifenstrategie kaputt gemacht und auch im Endeffekt Positionen gekostet, wie sonst was. Ja. Boah, ich freue mich schon auf die nächsten Reifen. Ja, so. Im Endeffekt, wenn wir jetzt mit den Blutgerennen-Runden beenden, jetzt hätten wir schon das halbe Rennen fertig in einem normalen Rennverlauf. Ja, das ist heftig. Aber noch gehen meine weichen Reifen, obwohl die schon eine relativ unangenehme Farbe haben. Irgendwie hält es sich auf der Strecke trotzdem in Grenzen mit dem Rutschen. Ich glaube, die Strecke hat aber generell schon sehr schön Grip. Ja, ich denke mal, die Grip-Entwicklung werden wir hier auch deutlich mehr zu spüren bekommen als bei anderen Rennen. Ja, gerade auch in den langgezogenen Kurven und so weiter und generell in den Kurven bleibt halt der Gummi liegen. So, ich mache auch gerade von einer Kärs-Strategie her, probiere ich das zu machen, was immer in dem Anfänger-Tutorial empfohlen ist. Wenn du keinen DRS hast und ein Gegner DRS hat oder DRS haben könnte, dann immer schön an den DRS-Punkten Kärs benutzen. Ja, das ist ja auch logisch. Ja, eigentlich, also ich benutze das auch gerne zum Rausbeschleunigen, aber hier werde ich es jetzt so tun. Nein, also ich meine, so macht man das ja auch im Fight, das ist ja logisch. Ja, ja, im Fight auf jeden Fall. Aber auch gerade habe ich das Gefühl, dass es zumindest dafür sorgt, dass du nicht rankommst. Und so, in dieser Runde gibt es dann härtere Reifen. Ja, ich werde aber so langsam immer, also ich habe jetzt gerade zweimal hintereinander meine persönliche Bestzeit verbessert und bin schon wieder auf einer grünen Zeit und kann ein bisschen auf sich aufholen, also minimal natürlich nur, und auf Vettel aufbauen. Ja, das ist ordentlich. Na, meine Reifen sind jetzt am Ende, hier merke ich es jetzt. Gut, dass die jetzt rein dürfen. Also raus dürfen, oder ab dürfen. Die Neuen dürfen rein, so. Rein in die Box dürfen die. Ah, ja. Verstehe. Ich diktiere denen jetzt einfach die Reihenfolge, die ich fahren will, mit den Reifen. Also ich gehe von meinem Stop dann immer auf Reifenauswahl. So, mal gucken, ob das mal ein schneller stoppiert. Das ist ja bei Sauber nicht ganz so üblich. Oh, 3-1 ist nicht besonders schnell, aber ist in Ordnung, sag ich mal. Das ist, äh, ja, das passt. Oh, also. Voll im Verkehr lande ich. Ich, mich würde interessieren, ob man bei 100% Rennlänge drei Stops fahren muss. Vom Spiel her. Oder ob einfach die Reiflänge halten, ne? Ja. Das ist generell so eine Frage, wie fahren die sich dann? Halten die einfach nur länger? Oder haben die auch dieses optimale, den optimalen Bereich, wo die, äh, wirklich, wo du die ganz geilen Zeiten mitfahren kannst? Ob der dann auch größer wird, oder ob die nur insgesamt die Haltbarkeit ein bisschen rauszögern? Ja, das wäre mal interessant zu wissen. Fange ich auf meine alten Tage im Formel 1 2013 noch an, alles auszutesten? Ja. Hier, wie komme ich hier gerade vom Lenkeinschlag schlechter um die Kurven? Oder die Haken kleben einfach noch nicht? Ja, das geht wahrscheinlich einfach noch nicht. Also langsam merke ich, wie die Aktion bei denen handelt. Vettel fährt auf jeden Fall weich, weich, hart. Oder er fährt weich, weich, weich. Das ist noch die andere Alternative, ja. Oder er fährt weich, 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 weich. Und haut gleich immer so 1-10er-Zeiten raus. Ich meine, mit so viel weich, da kannst du auch mal richtig weich einpusten, auf welch Strecke. Komm mal. Was mir gefällt, ist, dass ich auf Hamilton gerade Zeitpunkt mache. Das ist nice. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich gerade das Anbremsen auf die ersten Kuhre komplett verpasst habe. Passt unverpatzt. Und mir gefällt auch, dass du jetzt Zweiter bist. Ja, ja, aber ich werde gejagt vom guten Vettel, der auf weichen Reifen gerade den Louis markiert. Weil er ja eh weiß, dass er heute nur noch weich wird. Ja, 1-15-4, damit holt er doch ganz gut auf mich. Ja, ich fahre 16-0. Also auf mich holt er auch einen. Was war deine Bestzeit bis jetzt? 1-16-2-5-0. Boah. Nee, irgendwie gefallen mir die Harten gerade gar nicht. Ich muss in den Kurven so übelst einschlagen. Greifen lassen auf jeden Fall massivs nach. Das fällt mir gar nicht. Ja, das war bei meinen Harten gerade, bei meinen Weichen gerade auch so die letzten zwei Runden waren grenzwertig. Aber das ging auch so von einem Meter auf den anderen, weil da auf einmal der Grip weg. So. Also Vettel zu verteidigen ist gerade echt schwer. schwer. Da muss jetzt mal wirklich was kommen von mir. Weißt du, was schön ist? Ich laufe auf Verkehr auf. Äh, Überrundung? Ja. Da kommen dann aber noch viele. Ja. Da überrunden wir einmal das komplette hintere Feld. Oder mindestens bald zweimal eigentlich. Ja, zweimal muss da nicht hinkommen. Ja, aber ich muss ja noch stoppen. Ja, stimmt auch. Okay. Und die haben wahrscheinlich schon. Ansonsten wäre das ein bisschen sehr heftig. So, aber jetzt langsam muss ich mal hier wirklich gucken, dass hier was vorwärts geht. Ich bin übrigens wieder auf Optimal-Gemisch. Obwohl ich die ganze Zeit Standard gefahren bin. Also, äh, optimal Benzin Dauer. Okay, ich bin immer noch kurz eine Runde. Oh ja, die bekommen jetzt gerade schon eine Queech-Runde, aber also mit äh, mit Reifen viel länger halten, als mir empfohlen war, wird wohl nix. 15 Runden war empfohlen, ne? Ja. Jetzt ist Runde 15. Jetzt bin ich eine Bestzeit gefahren und trotzdem konfettel in der Runde ran. Also eine absolute Bestzeit. Eine 15-3-3-3-3. Oh, Schnappszahlen. Das ist ein Ausgeben. Ja, müssen wir eh mal irgendwann machen, ne? Ja, wir hatten ja noch nicht die Möglichkeit dazu, aber das wird sich bestimmt noch ergeben. Laden wir noch Dennis und Nico ein. Ja. Dann kommst du einfach mal noch hoch zu Nico, weil Dennis und ich sind ja eh da. Ja. Also müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich wird die Seherbstferien eher nichts. Mach mal Klassen treffen. Ja. So, ja, ich hab jetzt das Feld direkt vor mir, aber ich werde jetzt gleich in die Box einfahren. Du hast eine Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Bist du schon drin? Jetzt bremst ich gerade an. Ich denke mal, ich werde ein bisschen hinterher rauskommen, aber halt eben mit dem Vortrag der weichen Reifen. Ja, wahrscheinlich ziehst du damit vorbei. Ich sehe nämlich, was Vettel hier schon macht. Und ich sag mal, was Vettel kann, das kannst du wahrscheinlich auch schon lange. 3,10 bin ich gerade gefahren. Das ist dann eigentlich mein Stopp auch von der Zeit her. Boah, ich bin noch massig hinter euch. Also, ich hab nach hinten hin, hab ich richtig, hab ich riesig Luft, aber für euch ist es doch nur eine ganze Ecke hin. 4,5 Sekunden. Also hab ich ungefähr eine Sekunde gut gemacht in den Runden, seitdem wir uns getrennt haben. Ja, ungefähr. Aber dafür klebt Vettel wirklich an meinem Arsch. Wie so eine Büke. Ich hab ihn aus dem DHS-Bereich rausgekriegt. Dafür muss ich aber gleich auf Mager fahren. Das ist nicht gut. So, ich hab jetzt gerade mal eben eine Sekunde aufgeholt. Ja, klar. Weiche Reifen, da geht was. Oh, in der Mercedes-Box wird ein Stopp vorbereitet. Das ist ja interessant. Dann kommen wohl gleich schon die Leute, die weich weich fahren, die Ersten. Boah, das ist aber extrem früh. Oder die sagen einfach nur sehr früh Bescheid. Ja, das kann natürlich auch sein. Also in spätestens fünf Runden hast du mich, ist mein Tipp. Überrundung und gleichzeitig hängt Vettel mir im Heck-Spoiler. Ich hab Flauschsocken an, wenn ihr... Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Kennst du sowas? Und die haben super Griff auf den Pedalen. Das ist mir gerade zu spüren bekommen. Was ich ja immer gerne anhab, sind die guten Wollsocken von Naomi. Ja. Die selbstgestritten. Solche hab ich gerne an. Und die hab ich auch gerade an. Und die rutschen auch gut. Aber dafür werden die Füße immer nicht kalt, ne? Ja, und irgendwie, das ist halt mit Liebe in jeder Masche, ne? Ja. Puh. Boah, ich geb hier gerade vorne alles. Und gleichzeitig möchte ich meine Reifen aber auch noch nicht komplett runterschrauben. Wie schaffst du es eigentlich aufzuholen, obwohl ich permanent Bestzeit fahre? Äh, ich hole auch Vettel auf und bin immer nur minimal für deine Bestzeiten. Okay. Aber du hast in der letzten Ode eine halbe... Ne, anderthalb Sekunden aufgeholt. Und trotzdem bin ich eine Bestzeit gefahren. Keine Ahnung. Bekommt man eigentlich beim Überrunden Kears? Äh, der S? Oh, äh, ja. Beim Überrunden bekommst du, äh, Kears, ja. Ja, ja, eh. Dann hält jemand mal kurz seine eigene Batterie an meine. Sekunde. Also, man bekommt der S, ja. Ja, ich schmeiß das irgendwie immer so ein bisschen durcheinander. Tut mir leid. Ne, das geht echt. Also, du kannst damit wunderbar der S überholen machen. Alter! Da war gerade komplett die Bremswirkung weg. Oh, 14,6. Iceman fliegt über den Asphalt? Oh, oh! Ich gehe gerade auf der Bremse, die Pedale weggerutscht. Das ist nicht geil. Alter, wie hast du jetzt aufgeholt? Das ist ja krass. Den hast du ein bisschen überberührt. Ja, ja. Wobei, meiner hat ihn ja schön hier den, den, den Wischer gezeigt. Nee, ich hole hier gerade. Ich kann ja einfach nicht mithalten mit dem Reifen. Und da ging's ab in Rauch. Uah! Wäre das KI gewesen, hätte ich wahrscheinlich reingezogen. Aber jetzt muss ich dich wahrscheinlich wie so fahren lassen. Weil ich merke jetzt auch, wenn ich... Ich habe jetzt 10 Runden lang relativ stark getreten, die Reifen. Und ich glaube, du hast es gerade beim Anbremsen gesehen. Ja, ich sehe jetzt, wie der hier nicht anbremsen will. Ja, du hast die harten Reifen, deswegen wirst du langsamer sein. Ich muss versuchen, rauszufahren. Mensch, du sagst Sachen, die sagt ja sonst keiner. Aber es war echt heftig. Ich habe, glaube ich, in der einen Runde 2 Sekunden aufgeholt, ne? Ja. Obwohl ich nicht so total langsam war. Okay, ich habe gleichzeitig noch Überrundungen gehabt. So, ich bin jetzt schon außerhalb des DHS-Fensters. Ja. Du ziehst einfach nur Mörder hier weg. Ich hoffe, dass ich Vettel ein bisschen weghalten kann. So, jetzt, wo du weg bist, lasse ich es aber ruhig angehen. Oh, schade. Hier ist niemand vor mir, den ich überrunden könnte. Und der einem DHS geben könnte. Willst du jetzt eigentlich weich-weich fahren oder gleich nochmal hart? War gleich weich. Nochmal weich. Ja, ja. Dann hattest du, glaube ich, eindeutig die bessere Strategie. Mal den Rennen beginnen auf den Harten zu machen. Ja, das war nicht verkehrt. Das hat dir sehr viel Zeit gebracht. Weil ich muss jetzt auf den Reifen auch dementsprechend lange durchhalten. Ja, klar. Die müssen jetzt bis zur 26. oder sowas? 20 zu komm ich. Wie viel? 20. 20? Haben wir doch schon. 25. Achso. Boah, viel zu früh gebremst. Da war ich aber an der Stadt-Ziellinie schon irgendwie auf der Bremse. Dein Hintermann hat ein sonst der härteren Reifen auf den Lass. Wieser an dem längeren Stil da. Irgendjemand lässt sich harte Reifen aufziehen. Ich glaube Vettel war das. Aber klar, Vettel ist zweimal weich gefahren, zweimal elf Runden. Ja. Oder muss Vettel jetzt... Boah, elf Runden will ich auf weich? Das ist schon hart. Glaube ich. Ich bin ja zehn gefahren. Okay, meine hatten auch noch drei aus dem Qualifying oder vier. Würde mich auch mal richtig interessieren, wie stark das berücksichtigt ist. Ob die wirklich mit den Prozentdaten übernommen werden. Oder ob die sagen, ja, der hatte halt schon mal angefahren, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Alter. Ziehst du mir da vorne weg? Weil jetzt sehe ich dich schon nicht mehr. Ja, über drei Sekunden sind es jetzt mittlerweile. Vor allem, wenn du mal hinter dich schaust. Okay, die haben jetzt auch alle schon einen Stopp gemacht. Ja. Sind alle weich, weich gefahren. Das heißt, wenn wir beide dann, äh... den Splitten sind auch weich fahren, kann das durchaus sein, dass wir uns durchsetzen können. Ja, ich sag mal, eins und zwei haben wir eh jetzt gerade relativ gut. Bin mal gespannt, was mein Team jetzt für eine Boxenstopp-Zeit nachher rausholt. Na, ich sehe dich immer so gerade. Weißt du, wenn ich auf eine Gerade fahre, fährst du gerade runter und so. Ja, das ist glaube ich auch gar nicht so verkehrt. Ich vergrößere auf jeden Fall den Vorsprung auf Hamilton. Das ist doch gerade so ein bisschen mein Ziel, weil ich nach dem Boxenstopp weiter hin auf zwei sein möchte. quasi meine entspannten 1,15er-Zeiten. Mercedes hat mich bei Hamilton für die harte Mischung entschieden. Bei Hamilton haben sie sich für die harte entschieden. Ja, das ist klar, der ist ja auch vorher dreimal weich gefahren. Ja, ja, aber bei der KI... Da haben sie gedacht, ach komm, beim letzten Rennen sind wir doch etwas fair. Deshalb haben sie sich dafür entschieden. Sonst gibt es da ja eh keine Regel, die da irgendwie in Kraft trinken sollte oder so. Ja, ja. Kämpft man ja. Oh, jetzt drei können auf drei, ja. Also ich komme auf jeden Fall vor dem dritten raus. Jetzt habe ich ein bisschen verloren auf dich. Weil ich hätte mich auch frei können. Über 20 Sekunden habe ich gesagt. Das sollte sich ausgehen. Ja. Auf IQ habe ich, weiß ich gar nicht, muss ich schauen. 21 Sekunden habe ich auf dem, ja. Und passt das mit dem Boxen-Stop. Sowohl Boxen-Einfahrt als auch Boxen-Ausfahrt sind ziemlich schnell. Ja. Es gibt Strecken, da verlierst du mehr. Weil die Strecken, bei der man am wenigsten verliert bei der Boxen-Durchfahrt, ist Kanada. Weil da ist ja die Schikane mit World of Champions, ist ja auf der normalen Rennstrecke. Und man kann ja, im Spiel kann man ja einfach mit 320 Sachen da reinfahren, der bremst eine automatisch runter. Dementsprechend, deswegen kann man da so viel Zeit gut machen. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen damals. Haben wir aber damals drüber gesprochen, weiß ich noch. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht ausgenutzt, das wüsste ich. Wobei, ich glaube, Montreal war wieso nicht so ganz unsere, obwohl zumindest nicht meine Strecke. Okay, ich fahre jetzt in die Box. Elfrunden auf weich. Komm, haut einen guten Stop raus, Jungs. 3-1. Wilder. Ich glaube, die sind jetzt auf 3-1 programmiert. 3-1-0-0. 3-1-2-0. Ah, nee, ich bin gerade eben 3-1-0-0. Aber 3-1 in dem Bereich bewegen sie sich halt. Boah, mir sind langsamere Fahrer. Boah, mir sind langsamere Fahrer. Ich hätte wahrscheinlich auch nur eine Runde rauszögern können. Wenn ich so drüber nachdenke, aber... Ah, jetzt ist es eh gegessen. Ich habe nur 7 Sekunden Vorsprung auf den nächsten. Deshalb muss ich jetzt pushen. Das war gerade meine Ansage. Okay, das ist ja höchst interessant. Und an dich scheinen die gar nicht mehr zu denken. Wenn du wahrscheinlich so weit vorne weg bist. Dass die denken, das wird eh nichts mehr. Wird es wahrscheinlich ja auch nicht, aber... Ich kann mich gerade irgendwie noch an die Zeiten erinnern, wo ich es bei Rennspielen nie gebremst habe. Weißt du, ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war, aber bei irgendeinem Nintendo-Spiel habe ich mich daran gewöhnt, dass Bremsen ja eigentlich voll viel Zeit kostet, weil man danach wieder beschleunigen muss. Gerade bei Mario Kart und so ist das ja, glaube ich, auch so, ne? Ja, dann einfach driften. Ja, und dann steigen wir um auf Gran Turismo. Ja, 3-1-3-3 übrigens. Bist du schon raus? Oh, das wird interessant. Klasse, das war eine neue, schnellste Runde. Boah. Ich habe da mal teamgetreu mal zurückgezogen, ne? Hat man, glaube ich, gemerkt. Ja, ja, du warst früh dran mit der Bremse. Ich habe Angst, dass meine weichen Reifen am Ende total abbauen. Ich bin gerade eben auch elf Runden auf Weich gefahren, kein Problem. Okay. Also, was heißt kein Problem? Am Ende waren sie halt doch schon ziemlich runter, aber es geht. Man hält es durch. Boah. Aber kleiner Drift. Ja, ich habe jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Ich muss gleich wohl auf Mager fahren. Also, ich habe immer noch Plus 1. Keine Probleme. Okay. Ich muss erstmal die Reifen ein bisschen warm fahren. Ich habe in der ersten Runde ein paar Probleme. Aber jetzt gleitet man auch noch wieder um die Strecke. Das ist einfach schön. Ja, wenn die ganz frisch sind und dann noch so richtig, weißt du, noch richtig Kleber drauf, noch ein bisschen Prittstift drauf geschmiert vorher. Ja, ja. Also, wenn die Alufolie runter ist und der Prittstift dann langsam, sichtbar wird, so ungefähr, ne? Ja. Wenn die Magnete richtig haften. Genau. Aber das wäre eigentlich übelst praktisch. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wäre der Untergrund magnetisch, könntest du zum Beispiel zum Bremsen einfach quasi ein Elektromagneten, der auf einmal, oh, ich habe einen Krampf im rechten Fuß, ha, 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 ha. Das ist ja auch eine verbautete Technikwirbelstrombremse, ne? Also das funktioniert mit Magneten oder was? Ja, ja. Wirbelstrombremse. Wusste ich gar nicht. Das gibt es aber auch zum Beispiel bei Schleppern, wenn die im Berggebiet eingesetzt werden, dass die dann eine externe Wirbelstrombremse beispielsweise vorgesetzt bekommen, dass sich auf den Motor geht, weil es heißt, die Wirbelstrombremse beim Bremsen hilft, aber das halt den Motor nicht belastet. Ja. Weil sonst kann es passieren bergab, dass du den Motor überdrehst. Ja, klar, wegen der Motorbremse. Boah, ich habe schon lange nicht mehr bei einem Formel-1-Rennen so geschwitzt. Natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Länge, ne? Ja. Letztes Mal habe ich so geschwitzt bei irgendeinem unserer Marathon-Rennen, als wir so viele im Stück aufgenommen haben, bevor ich weg war. Ja, als wir mal zwei hintereinander, ne? Genau, als wir mal zwei hintereinander gemacht haben bei 30 Grad. Das war abartig. Noch kann ich nicht vorne halten. Ja, aber ich hole so stetig auch. Ja. Vor allen Dingen werden meine Räder halt zwei Runden am Ende eher alt, also. Ja, die werden zwei Runden am eher Ende alt, ja? Das ist auch so. Ja, ja, am Ende eher alt. Du hast DRS, oder? Nee. Aber ich habe mal wieder eine lilanen Zeit. Das ist doch schick. Ich glaube, in der Kurve volljähr ich ihr das mal. Aber, äh, ich kann dir sagen, Wirbelstrung-Gremse ist auch ein Thema im Physik-Leistungskurs. Ja? Wann kommt die? Äh, jetzt in der Kuh, äh, eins. Haben wir das bearbeitet? Ich weiß nicht, wie das... Ja, wahrscheinlich bei Magnetfeldern und so weiter, ne? Ja, klar. Das ist dann, äh, eine Vertiefung... Äh, eine Vertiefung ist ein Schicksal. Bei. Fantastisches Tempo, weiter so. Sagt er dir? Sagt er mir, ja? Mann, er ist ganz sprachlos, wie schlecht ich war. Der weiß schon, dass er nachher weinen muss. Ja, wahrscheinlich, weil ich uns beide abschieße. Das wär müh... Das wär wirklich bitter. Das ist nach dem Motto, ja komm, wenn... Jetzt ist es so knapp mit der Meisterschaft zwischen uns beiden, da schieße ich lieber ab, dann verändern wir uns beiden nicht mehr und dann ist gut. Ja, ist eh das Beste, was du machen kannst, ne? Ja, theoretisch schon, ne? Nur, da würde ich wahrscheinlich Punktabzug für bekommen in echt von den Stewards. Da bin ich gerade sehr, sehr weit gegangen, weil ich ein bisschen Lauf hatte dank DRS. Ach, du hattest DRS? Ich hab mich gewundert, dass auf der Geraden kein Fall kam, da hab ich schon mit DRS gerechnet. Ne, voll in dem Verkehr hier, scheiße. So, jetzt hab ich aber erstmal wieder 18 verloren ungefähr. So, hab ich mal Daumen. Wow, hier hab ich gerade 100 Stunden verloren, so ungefähr. Bin hier gerade im Slalom auf der Geraden durch. Ich hab's gesehen. Warst du das gerade hinter mir? Ne, das ist ein McLaren. Das muss man sich vor vorstellen, wir überholen hier McLarens. Meine Reifen sind wohl Schrott, sagt er mir. Aber ich drehte die ja auch. Du musst ja die ganze Zeit mit dir irgendwie Schritt halten. Und bei deinen großen Füßen. Was ist da hinten los? Verbremst. Ich hatte ein blockierendes Vorderrad und da ging's ein bisschen weit. Ist ja hier totale Dominanz, gerade von uns. Ja. Über eine 16er-Runde. Dann. Geht's knapp außerhalb des DRS-Fensters sein. So, ich hab Lila. Nein. Verwarnung abkürzen. Nein. Boah, ich merke gerade übelst beim Rausbestäunigen, dass meine Räder durchdrehen. Oh, ich hab DRS-Ausfall. Na, es ist cool, dass ich jetzt gerade im Battle mit dir bin. Dass ich da DRS-Ausfall hab. Ja, das ist eigentlich perfekt, ne? Also für mich. Naja, muss normaler Windschatten reichen. Jetzt sagt er mir schon, bring das Auto heil nach Hause. Hast du DRS? Ja. Ist kaputt. Ach so. Nein. Nein. Mach dich weg, Junge. Nein. Boah, Konzentration gerade. Man merkt das eigentlich schon das ganze Rennen. Das wollte relativ wenig reden. Boah! Ein kleiner Fehler und dann ist es passiert. Boah! Tot, alle tot. Ja, ich habe zumindest niemanden, also ich habe niemanden berührt. Ich habe alle getötet. Ich konnte die Markierungen nicht mehr sehen, weil du vor mir warst. Und dann habe ich auch gut Glück. Obwohl, ich glaube, ich wäre sogar ohne den rumgekommen, weil so schnell war ich da gar nicht mehr. Wobei, das gäbe, glaube ich, eine Untersuchung. Beziehungsweise mindestens einen verletzen. Boah! Was machst du da? Ich glaube, du siehst gerade, wie meine Hinterreifen durchdrehen, oder? Ja. Hast du immer noch DRS kaputt? Ja, ja. Aber jetzt bringt es mir eh nichts mehr. Mal auf die Runden. Habe ich es echt überlebt. Boah! Alter! Den gerade loslassen. Boah! Aber du hattest die mit Abstand schnellste Runde. Ja. Ich meine, hätte ich gerade keinen DS-Ausfall gehabt, wäre es auch durchaus möglich gewesen, dass ich an dir vorbeigekommen wäre. Nein, nein. Dann wäre es durch. Also dann hättest du gewonnen. Ja. Vor allem, ich meine, gerade das Manöver, wenn du da, äh, ne? Ja, meinen Freischuss, meinst du? Ja, also, das war schon ziemlich grenzellig. Ich würde sagen, diesmal gucken wir uns auch noch alles an, ne? Jo, äh... Der Tabellen. Ah, so, ich... Ich werde gerade interviewt. Du hast auf jeden Fall einen geilen Helm. Ah, da, du steigst auf dein Auto und was gibt's da? Den... Ah, den Siegeshofster gab's nicht. Das Siegesstrecken. Jo. Verbindung? Ah, jetzt kommt der Krampf wieder im Fuß. Der habe ich gerade so ein bisschen weggekriegt, aber jetzt... So, ja. Wo so... Ja, also... Ich bin 8er geworden in der Konstrukteureswertung. Du 9er. Uns trennt ein Punkt. Knappe Kiste. Und in der Konstrukteureswertung haben wir den 4. Platz belegt. Und das ist... Aber insgesamt hattest du die wesentlich, äh... Konstantere Leistung. Jo. Das einzige, wo wir gleich auf sind, sind die Podien. Boah. Ey, ich bin gerade nass geschwitzt wie sonst was. Ich geh gleich erst mal duschen. So, ich drücke mal auf fortsetzen. Und jetzt kommen die Credits. Entspannte Musik. Und, ja... Das ist, glaube ich, Albert Park gerade die erste Szene mit dem Lotus. Ja. Ja. So, ja. Und ich würde sagen, äh... Damit ist dieses Projekt endgültig, oder... Damit ist das Projekt soweit durch. Ja, diese Saison zumindest. Bald geht's ja weiter. Genau. Bald geht's dann mit dem Nachfolger mit F1 2014 im Williams weiter. Und, äh... Ja. Oh, hier ist gerade Spar. Mit dem... Äh... Mit dem Ketter M. Ähm... Ja. Ich würde sagen, äh... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weil ich spreche dann den Namen von uns beiden, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Und, äh... Ja. Ja. Dann jetzt ein paar Wochen Pause mit Formel 1 und dann geht's weiter im Nachfolger. Ja. Wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Und, oja. Wenn es euch gefallen hat, schreibt's in die Kommentare, damit wir auch mal wissen, was ihr euch so vielleicht für die nächste Saison wünscht an, äh... Team-Vorschlägen und so weiter. Alles ab in die Kommentare. Ja. Hier gerade übrigens auch noch mal ein paar Klassiker-Ausschnitte, die wir ja nicht gefahren sind, aber trotzdem hier zu sehen sind. Wobei vielleicht kann man da ja nochmal über irgendeinen Special-Part oder so nachdenken. Weiß er nicht. Ja, oder einfach mal ein 100%-Rennen. Obwohl jetzt nach 50% bin ich jetzt so durchgeschwitzt, ob da 100 gehen. 100% in der alten Möhre. Ja. Das Ganze... Ja. Naja, schreibt mal in die Kommentare, ob wir sowas mal machen sollen. Also ich auch von meiner Seite hätte zumindest Lust drauf. Ja, irgendwie wär schon witzig. Und ja, wie gesagt, schreibt uns auch nochmal die Vorschläge. Vielleicht könnt ihr uns dann nochmal umstimmen und wir nehmen doch nicht Williams. Ja. Und jetzt kommen hier noch so ein paar epische Szenen im Vollbild. Die Grills sind gerade durchgelaufen. Nochmal ein paar durchdrehende Reifen. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass die Musik nicht geschützt ist. Ja, ich hoffe es auch. Also ich hatte ja letztens sogar mal Content-Ali-Treffer. Und das auch noch bei Formel 1, wenn ich richtig liege, ne? Ja. Aber ich finde die Ausschnitte gerade richtig geil. Ja, das sieht irgendwie aus wie ein Trailer, ne? Aber den habe ich so... Zumindest kommt der mir nicht bekannt vor. Ne. Ja, ich würde sagen, das war es dann aber endgültig. Wir lassen euch jetzt mal alleine und wir sind raus. Genau. Tschüss. 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 Tschüss.